Wie kommt das da hin? Jetzt müssen wir erst mal gucken, wie viel Geld wir dafür brauchen. Und wir porten uns einmal kurz dahin. Muss man halt auch ein bisschen In-Game-Geld ausgeben. 2000. Wir haben 500. Dann... Wo ist Merlin gerade unterwegs? Merlin ist weg. Ähm... Wo bin ich Merlin gelassen? Das ist übrigens das kleine Begleiterviech. Ähm... Merlin! Bereit zum Freischalten? Ähm... Merlin ist weg. Dann hat er Merlin gesehen. Merlin? Hm... Da ist er. Hi. Ich brauch dich mal. Du bist hier. Schön. Denn uns bleibt nicht viel Zeit. Äh... Lass uns abhängen. Danke. Sehr freund. Weil ich würde zumindest ihn erst mal auf 10 kriegen. Danach können wir von mir das Wall-E mitnehmen. Ja. Ui. Mal. Vielleicht kriegen wir durch ihn hier ein bisschen... Oh man. Ein bisschen... Das bringt sehr viel. Ja. Huch. Oh ja. Und er gibt mir noch einen zweiten. Eventuell koche ich gleich noch mal ein bisschen was. Kannst du mir noch sehr früher werfen? Merlin ist immer ein bisschen eigen. Der wirft das immer erst Stunden später. Ja. 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 Ich brauche nämlich ein paar dieser Edelsteine. Wer den so weitermacht, funktioniert das ganz gut. Okay. Merlin spielt mir gut in die Karten. Ich brauche Äpfel. Dann brauche ich nämlich nicht kochen. Wer den du aber sehr gut mit? Weißt du das? Wer den du aber sehr gut mit? Weißt du das? Ja. Ja. Ich bin mal gespannt, was ich mit den Kokos-Süßen kochen kann. Kann ich bestimmt auch noch irgendwas cooles draus machen. Ja. 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 Ich bin mal richtig. Ja. 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 Cola. Das ist Cola. Und ich schmecke auch. Geil. Kuckuck. Ich hab die Molen voll. So eine Art. Und eine Kittikette. Und eine Dance 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 und eine Dance Dance Dance. Und eine Kittikette. Und eine Dance 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 und eine Dance Dance Dance. Wie schmeckt es? Geil. Das glaube ich mit. Ne. Doch. Mehl. Wurst. Kuckuck. Kuckuck. Der Chef ist da. Gut, dass du damit nicht dich meinst. Du bist aber nicht der Chef. Du bist das kleine Helferleinchen. Und böse dich. Bring dich noch um. Nein, Iron. Der Kerl hat sie nicht mehr alle. Alles für den Schritt. In der Dance Dance Dance. Denk an deine Bakterien, mein Herz. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht, Hybrid. Aber keine Kittikette. Und er ist jetzt den Zenzen den Zenzen den Zenzen den Zenzen. Ah. Homecoming-modus. Homecoming-modus. Wenn du wieder negativen dentro, darf man irgendwann wieder arbeiten. Aber es ist doch gut, einfach, dass du wieder negativ bist. Ich bin immer negativ. ich bin ein sehr negativer mensch wirst du mal aufstehen hinten da so in die kamera zu halten das ist ja schon option hier strumpf iron endlich wieder arbeiten ich freue mich auch wenn er wieder arbeiten gehen kann das wird schön das ist ja auch gesund noch nicht aber mein chef egal ist böse chefs chef in chef innen der chef in innen und fährst du sagst du dann sagst du bescheid gut danke für das essen das werde ich ja wenn die tüche offen ist das fässchen so jetzt mal richtig hallo iron hallo kitty ich wurde gerade von was ganz komisch süßen abgehalten kitty wie geht's nicht gut guckt mal ich bin wieder mit dessen unterwegs kann es mal wieder nicht lassen die sucht treibt mal wieder bin tatsächlich schon wieder süchtig oh mein gott das ist das erste mal oh mein gott das ist das erste mal dass ich ein waschbär sehe ich will immer noch wissen wie ich den waschbär kriege ich will den waschbären haben muss das neu herausfinden den hasen weiß ich mittlerweile wie ich ihn füttern kann ich habe so verkackt vorhin ich will salem haben salem süß und geht es mir gerade aber leute für zu suchen mega ins leben ruft mit spielern die alle teams ausführen ok klingt nach einem programm gut gewissen machen das schon nicht zusammen klappen nein aber nicht zusammen klappen ganz ehrlich da werden wir dann die chef auch gesundheit geht vor ich weiß das sagt gerade die richtige egal bleibt bei der meinung und hat geht vor den bären ins waschbecken werfen gründlich mit spülung durchwischen fertig ist der waschbär alter hybrid nein mein gott verspüren bekommen ist echt nicht leicht hast du schon ein noch nicht okay oh mein gott da ist sogar der graue mal gucken wenn wir schon irgendwie herausfinden das kader fühlt sich ja gut wie viel braucht ihr machen wir sowas immer mit muss man denn auch hinterher dann die leute der zehn teams gibt der person auch gottchen ja gut wir helfen dann ja schon muss mit den waschbären spielen wenn er sich aufrichtet nicht bewegen wenn er wegschaut stück ran dann so lange bis du vor ihm stehst oh mein gott ja pro smart okay also sie aufrecht das nicht bewegen hier muss man sie erstmal wieder finden nötul hi bleibt doch hier zu süßes ding erklärt noch kein herb oder kannst du dich erst mal weg drehen okay wenn er runter geht dann ran oh mein gott jetzt ist die frage mit wasser nährt man sie mein gott ich liebe dich aber ich mach mal meinen klassen fest noch weiter habt ihr noch drei auf macht das muss ich zwar mal für den bevor du sie als begleiter nehmen kannst du nur einmal am tag für der näher ich weiß mit dem füttern das weiß ich ja also ist ja bei den ich glaube ich auch so gewesen den hatte ich auch nicht beim ersten mal naja mal gucken also ich kann ich ihn weiterfahren kann ich wann kann man die dinge eigentlich ich möchte doch nur juhu ich habe merlin auf 10 wenn du älter hast ach du leck mich doch ok ja das stimmt teilt freundschaft diese beste freundschaften erreichen mit einem level ein bestimmtes level das heißt mit ihm habe ich dann ja jetzt stufe 10 weiter geht es jetzt nicht das heißt ich kann jetzt zum bergbau wally nehmen wunderbar und jetzt die frage welchen zuerst der war lieber jetzt schießt mich allen an macht den echten müssten im herbst wird das erste dlc kommen ich bin gespannt bin gespannt ich freue mich drauf bis zum herbst will noch einige schaffen ja danke so du kannst dich verkümeln ich brauche wally aufzulassen der wo ist natürlich er macht so du bist wälder wir brauchen mehr sterchen ich finde die musik von wally so mega still ich level up Sag mal, hast du mein Freund ohne Dacke gesehen? Ja. Hallo, Mazuna. Ich bin wieder am Ding jetzt abbauen. Es macht halt so viel Spaß. Kann auch nicht dafür. Kann auch nicht dafür, dass ich hier in einer Sucht verfallen bin. Wolli, du kannst mir ruhig auch extra Steinten abgeben. Merlin hat das vorhin durchgehend gemacht. Ja, ja, Stufe 14. Siehst du ja schon, wie begeistert du bist? Bin ich. Liebe das Spiel. Oh, aber große Topaz. Ich habe jetzt zunehmende Freundschafts-Service. Das hat jetzt zu geschehen! Mhm. Okay. Hm. Was? Nein. Genau. Gib mir Money! Gib mir Money! Haben wir... Oh mein Gott, ich habe den Glänzer in der Topaz. Wo ist... Wo ist unser Geizkragen? Oh mein Gott, ich will das haben. Oh mein Gott, ich will das haben. Oh mein Gott, ich will das haben. Nur nicht vergessen, Zeit ist Geld. Musik 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 So Gingrad Ein bisschen Privatkram Was ich mache Die klassischen Quest habe ich Mir fürs Wehe auf Ich heb mir fürs Wehe auf Immer Fotos Hybrid Denk an die Fotos genius Before du gerade das Wort Fotos sagst Denk an Fotos Aber an die Fotos Ähm Hier Dafür musst du eine alte Frau lange Füße stricken, ja. Aber ich muss sagen, ich finde die Preise bei... Dago wäre sowieso super. Für die Jacke, die sehe ich jetzt, glaube ich, das zweite Mal. Die will ich unbedingt haben. 4.000. Das Ding hier finde ich eigentlich auch ganz cool. 12.000. Das hier juckt mich halt überhaupt nicht. Diese Hose und die ist voll günstig. Die Brille finde ich ganz geil. Das sind, glaube ich, Ringel, die ich bis jetzt nicht erkenne. Diesen Rucksack hätte ich so gerne. 11.000. Was ist mit dem? Wie gesagt, das hier... Das hier weiß ich jetzt nicht, ne. Aber selbst wenn 10.000... Das hier finde ich ganz niedlich, aber hm? Das hier geht, aber... Ähm, ja. Okay, und hiervon möchte ich gerade tatsächlich gar nichts haben. Doch, das hier. Das könnte ich mir sogar holen. Einen schönen Tag noch. Machen wir Möhrenfarben. Groß... Äh... Feld mit Möhren. Die wachsen schwer und sind günstiger als Samen. Ja gut, das stimmt. Das stimmt. Ähm... Ich sammle halt gerne diese Steine oder mach halt enorm viel Essen. Ich muss jetzt aber gerade erstmal wieder Samen... Also warten, bis ich genug Samen habe. Ich bin zu geizig, mir die zu kaufen. Wobei, habe ich mittlerweile wieder genug? Weiß ich gerade gar nicht. Das ist da, Gobert, sagt alles da schon doch wieder. Ähm... Okay, einer. 14, 5. Ja, ne, da warte ich noch ein bisschen. Okay, 21, 5. Da warte ich trotzdem noch. Da warte ich trotzdem noch. So. Okay. Nein. Nichts essen. Wobei, ich könnte... Essen verkaufen. Steine und Essen. Man merkt deine Vorlieben. Ja. Ach Mist, ich dachte du... Du vergisst es. Ich dachte du vergisst es. Aber ich trinke sofort. Tu es hier gleich. Ich habe noch. glaube ich sollte auch noch eine runde nach meinen möhren schauen ein paar ein paar sagte aber danke schön oh mein gott das dauert eine ewigkeit bis ich mir die runde wenn ich mich gerade auf dem schuss entspannt damit controller zocken ja gut das stimmt ihr wisst gar nicht wie sehr ich mich darauf freue wenn wir in die umgezogen sind dass ich dann auch mit den katzen am schreibtisch zocken kann also dass die katzen dann aber neben mir geschild liegen wenn ich dann nebenbei immer noch so klein so eine kleine samtfote habe oh mein gott hau ab scheißspinner oh mein gott oh hi hi na wie geht's dein ernst ja wie werde ich dich jetzt los oh mein gott sie hat sich einfach runtergezogen die zweite spinne lauf lauf verbrennen habe ich gesagt ich freue mich wenn ich aus wenn wir hier umgezogen sind oh mein gott oh mein gott ich will aus dem keller raus wir sind hier einfach zu viele spinnen oh mein gott ich hab ich hab's gleich wieder was sieht er denn an nein wir ziehen keine kleidung in manchen regionen gelten spinne zählige katzen so gebratet bald geht es zurück was du nach alter lass es wann wahrscheinlich nächstes jahr also zumindest ich ende diesen anfang nächsten jahres und das wohin weg ich weiß gar nicht 100 kilometer von hier weg 200 kilometer von unserem wohnort unserem jetzigen das ist gar nicht das ist immer nachgucken weit ist das denn entfernt also ich sag mal so damit kann keiner was anfangen wir brauchen glaube ich von da aus so noch eine stunde bis nach nordrhein westfalen also wir ziehen quasi also wir sind ja jetzt nördlich wir ziehen tatsächlich südwestlich müsste das sein eher südwesten südwestlich von norden nach südwesten ungefähr ja ja genau genau mal so nach weiter weg doch tatsächlich weiter weg okay eine stunde eine stunde ist es entfernt knapp 100 kilometer also 100 kilometer weiter ja haben wir schon richtig das wollen teile das mal gewohnt sagen in der region ja das stimmt was so nach das stimmt ja nee was für zeit freuen uns auch schon drauf 4200 kommen die das bisschen kohle kann ich auch noch verkaufen so und jetzt kann ich mal jahres wohnort holen was war lustig dass wir mit der kläre meines sohnes ein alter klassen kamerad ist nein wie cool oh mein gott dank maui können wir tatsächlich die dinge endlich kaputt machen mein leben hat wieder einen sinn oh mein gott glas oh mein gott glas wir kriegen jetzt einfach mal glas oh mein gott mein leben hat einen sinn dein liebchen schießen nein es ist nicht okay das ist ein verdammt schönes haus ich könnte deine hilfe gebrauchen mhm 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 das ist ja fast so ähnlich wie ich glaub da war ich in der sechsten klasse und der ex-freund meiner mutter war zu der zeit mein englisch lehrer und der hat tatsächlich nur auf den namen geguckt und dann so ist deine mutter so äh heißt die so und so so ja oh ja dann grüßt die mal ganz lieb von mir die kennen sich ja oder hatten immer noch kontakt das hat auch einen guten auseinander gegangen vor jahren und äh ja ja für mich natürlich erstmal peinlich so mitten in der klasse so ja ist deine mutter die und die äh ja was wollte ja grüßt die mal ganz lieb von mir so okay meine mutter dann so hä wo hast du den denn kennengelernt so das ist mein englisch lehrer oh ja zeugnet besprechung war wohl gut freudiges freudiges wiedersehen naja ob so mohimot nicht so süss oh iron nein wenn du zur schule gehst und als schulleiter der lehrer von deinem vater war und die lehrer traumatisiert wurden von deinem älteren geschwister oh das stell ich mir mies vor stell ich mir ganz ganz mies vor das ist es also dies ist dein zu hause es ist so schön auf jeden fall aber es sieht so aus als gäbe es noch eine menge zu tun ich bin froh dass du mich hergebracht hast ich schätze dass ich helfen kann ich glaube wir brauchen ja jetzt 500 dann ich hab so ich hab so ich komme karpfen camping jungs doch mehr wünsche tatui ok sagen alle immer nein nein sagen sie nicht nichts ferns ist von sechs kindern und alle waren auf der gleiche schule nur meine mutter nicht auf der gleiche schule damals ja gut familie ist bekannt würde ich sagen ob gut oder schlecht das bleibt dann weiter hingestellt ja freitags ist halt immer schlecht kommt drauf an wie es wie es frisches geht ich glaube ich glaube dass wir jetzt hier weil freitags und samstags mai eigentlich immer was mit frisches und wenn es ihm noch nicht ganz so geht dann kann ich mitmachen deswegen deswegen denn sonst der weniger sagt dass ich flügel habe du hast flügel wieso hast du denn flügel ich will auch flügel ich will auch flügel haben okay der ist wohl noch ein bisschen zu 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 heavy ich will auch flügel haben die die im Untertitelung des ZDF, 2020